NASA bestätigt Überlegungen zur Rettung der Boeing-Starliner-Crew mit SpaceX Crew Dragon. SpaceX stellt Raptor 3 feurig vor. Polaris Dawn hat wieder einen Starttermin am 26. August. SpaceX verteilt Backpfeifen für das geplante Booster-Fangen auf Flug 5. China sorgt mit einer auseinanderbrechenden Oberstufe für hunderte Teile Weltraumschrott. Die Crew der privaten Axiom-4-Mission ist jetzt offiziell. Cygnus hat technische Probleme nach dem Start mit SpaceX Falcon 9 und New Glenn von Blue Origin nimmt weiter Form an. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich Willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. SpaceX hat eine neue Raptor-Triebwerksgeneration vorgestellt. Das bereits angekündigte Raptor 3 wurde jetzt der Öffentlichkeit vorgestellt und von SpaceX direkt auch mit seinen Vorgängern verglichen. Das SpaceX Raptor-Triebwerk ist das modernste einsatzbereite Raketentriebwerk der Welt und das bisher einzige flugfähige, das in einer vollständig gestuften Verbrennung betrieben wird. Um satte 50 Tonnen soll man das Raptor 3 gegenüber Raptor 2 auf nun 280 Tonnen Schub gesteigert haben. Aber dieser Kanal ist ja ein visuelles Medium und da fallen abseits der Zahlen die großen äußerlichen Änderungen auf. Elon Musk hat seit vielen Jahren davon gesprochen, man wolle das Raptor-Design so weit vereinfachen, dass es keinen Hitzeschutz braucht. Das soll nun mit Version 3 des Raptor-Triebwerks bereits gelungen sein. Hintergrund sind sowohl die Hitzeentwicklung beim Aufstieg aus dem Abgas als auch die Belastung beim atmosphärischen Wiedereintritt vor der Landung. Die Einsparung des Hitzeschutzes für die Triebwerke hat SpaceX durch konstruktives Zusammenlegen von Komponenten und eine umfangreiche Kühlung erreicht. Elon Musk schreibt, dafür haben wir eine sekundäre Treibstoffleitung integriert und eine regenerative Kühlung für außenliegende Bauteile geschaffen. Das heißt, diese Komponenten werden von Treibstoffkühlkanälen umströmt. Wie ich finde, sehr beeindruckend, diese Leistungssteigerung und Extra-Kühlung, die haben nicht das Gesamtgewicht des Triebwerks erhöht. Im Gegenteil, mit 1,5 Tonnen soll das Raptor-3 100 Kilogramm leichter sein als sein Vorgänger. Deutlicher macht sich das jedoch am Gesamtsystem Rakete bemerkbar. Wenn man das Triebwerk und die zur Rakete gehörenden Systeme für den Betrieb des Triebwerks zusammennimmt, konnte über eine Tonne an Gewicht eingespart werden je Triebwerk. Bei jetzt nur noch 1720 Kilogramm eine gewaltige Reduktion. Ganz interessant, dies wurde neben dem Wegfall des Hitzeschutzes auch durch eine Vereinfachung des Feuerunterdrückungssystems erreicht. Ja, was zu gut klingt, um wahr zu sein, dachte sich wohl ULA-CEO Tory Bruno. Er schrieb zu den geteilten Aufnahmen des Triebwerks, dass da einfach viel weggelassen wurde. Auf X schrieb er, SpaceX habe eine hervorragende Arbeit geleistet, indem sie die Montage einfach und auch die Produzierbarkeit besser gemacht haben. Er findet allerdings, sie hätten nicht übertreiben sollen, indem sie einen teilweise montierten Motor ohne Steuerung, Flüssigkeitsmanagementsystem oder TVC, also Trust Rector Control, zeigen und ihn dann mit vollständig montierten Motoren vergleichen. Übrigens der erste Gedanke, den ich auch hatte, als ich die Bilder sah. Nur wenige Tage später teilte die SpaceX-Chefin Gwynne Shotwell Bilder eines feuernden Raptor 3 mit dem Hinweis, dass es für ein teilweise montiertes Triebwerk ziemlich gut laufen würde. Ich würde sagen, das Raptor 3 hat sein erstes Opfer verbrannt. Um Tory hier etwas in Schutz zu nehmen, die Bilder zeigen offensichtlich keine Schubvektorsteuerung, sondern nur die Haltepunkte dafür. Apropos Gwynne Shotwell, sie hat diese Woche eines ihrer seltenen Interviews gegeben. Für alle, die Elon Musk nicht mehr sehen können, aber die Entwicklungen von SpaceX mit Starship und Starlink faszinierend finden, unter dem Video der Link zu dem Interview. Ja, wer Senkrechtstarter regelmäßig schaut, der wird da vermutlich nicht sehr viel Neues erfahren, ist aber vielleicht mal ganz schön, die SpaceX-Vision von der eloquenten, sympathischen Gwynne Shotwell zu hören. Interessante Zahl, die sie unter anderem in dem Interview nennt, eine Falcon-Oberstufe kostet 10 bis 12 Millionen Dollar. Das lässt ahnen, wie enorm die Gewinnspanne mit der Falcon 9 sein muss, die für etwa 70 Millionen Dollar vermarktet wird. Ja, und wie schwer es für andere Anbieter sein muss, ein System wie Starlink aufzubauen, für das SpaceX ja nur seine eigenen internen Startpreise refinanzieren muss. Ja, Öffentlichkeitsarbeit des SpaceX Way. Ich hatte letzte Woche darüber berichtet, dass ULA es Raketenstartfotografen erschwert, mit ihren Bildern Geld zu verdienen. Diese Woche schrieb James Gleeson, der Senior Director of Communications bei SpaceX, an alle Fotografen, die auf eigene Rechnung arbeiten, sie sollen doch bitte alle ihre Aufnahmen teilen und einfach ihr Ding machen. Ja, so kann man das auch regeln. Ganz explizit nennt Gleeson die Startrampe in Texas und von dort startet er ausschließlich Starship. Diese Woche wurde Schiff 30 erneut in der Masseys Testanlage westlich der Produktionsanlagen getestet. Getestet wurde dann mittlerweile die Turbopumpe oder mindestens einer von ihnen. Hintergrund einer der Vakuumraptoren, der wurde ausgetauscht und sollte so vermutlich auf Einsatzreife am Fahrzeug getestet werden. Offenbar verlief der Test erfolgreich. Schiff 30 ist mittlerweile an der Produktionsanlage zurück. Und SpaceX teilte am Donnerstag 8.8. Bilder der Hardware für den nächsten vollendigerten Starship-Flug. Die Hardware für diesen Flug 5 aus Starship und Super Heavy, die wäre flugbereit. Nur die behördlichen Genehmigungen, die würden noch ausstehen. Weiter während der Wartezeit für die Flugfreigabe von Flug 5 sind weitere Booster-Catch-Tests geplant und dann auch Fahrzeugtests für den sechsten Flug dann, also den nächsten Flug nach Flug 5. Für die Fangtests wurde erneut der Testtank 14.1 verwendet. Bei diesen Tests, von der Community Liebevoll Slap-Tests genannt, werden die hydraulischen Fangarme, die sogenannten Chopsticks, absichtlich gegen das Booster-Teilsegment gefahren. Zu deutsch würde man die Tests vermutlich Backpfeifentests nennen. Auf dem nächsten vollintegrierten Starship-Flug, da möchte SpaceX versuchen, den Booster in der Starbase nur Minuten nach dem Start auf den Fangarm des Startturms zu landen. Noch keine Fangarme hat der neue zweite Start- und Fangturm in der Starbase. Diese Woche ist das sechste vollintegrierte Turmsegment dazu gekommen. Danach wurde der D-Mark CC 8801 Schwerlastkran abgesenkt, um eine Verlängerung für die verbliebenen letzten drei Segmente zu erhalten. Die erste private Astronaut-Mission mit Weltraumausstieg, Polaris Dawn, hat einen neuen Starttermin. Der Start, der wurde aufgrund des Oberstufenfehlers auf einem Starlink-Start auf unbestimmte Zeit verschoben. Aktuell plant man aber wieder mit dem 26. August. Die vier Besatzungsmitglieder sind der Milliardär Jared Isaacman, der die Mission auch leiten wird, der ehemalige US-Airforce-Pilot Scott Petit und die Missionsspezialisten Sarah Gillis und Anna Menon, beide SpaceX-Ingenieurinnen. Jared Isaacman sorgt für die Finanzierung der Polaris-Flüge und war bereits auf Inspiration 4, der ersten reinen touristischen Mission mit SpaceX-Crew Dragon im All. Crew Dragon, klar, der startet auf einer Falcon 9. Diese Woche teilte SpaceX eine coole Aufnahme vom Landen des Boosters der Cygnus-Frachtversorgungsmission zur ISS. Da fällt eine 50 Meter hohe Rakete ungebremst aus dem Weltraum zurück zur Erde und zündet im letzten Moment ein Triebwerk, um nur Sekunden später sanft zu landen. Bin sehr gespannt, wann das Landen von Starships und Super Heavy Boostern alltäglich sein wird. Während der Booster offensichtlich heil zur Erde zurückkam, hat es eine der Nutzlastverkleidungen der Cygnus-Mission übrigens nicht so gut überstanden. Auf Bildern der Kollegen von NASA Spaceflight ist klar zu erkennen, dass ein großes Stück der Nutzlastverkleidung fehlt. Eher unwahrscheinlich, dass diese Nutzlastverkleidung erneut fliegen wird. Was den Schaden verursacht hat, das ist mir noch nicht bekannt. Das bringt uns zu den Starts der vergangenen Woche. In China wurden am 6. August die ersten 18 Satelliten der 1000-Segel-Mega-Konstellation in den Orbit gebracht. Die Lange Marsch 6a-Rakete brachte die Raketen in eine Umlaufbahn von etwa 800 Kilometern Höhe, wo sie Teil einer geplanten kommerziellen Konstellation von über 14.000 Satelliten werden und ähnlich wie Starlink globalen Internetzugang bieten sollen. Neben kommerziellen Aspekten geht es da um einen unabhängigen chinesischen Zugang zu dieser Weltraum-Internet-Technologie und auch um politischen Einfluss. Pekin hat mit mehr als 30 Regierungen Abkommen unterzeichnet über die gemeinsame Nutzung weltraumbezogener Infrastruktur und den Bau von Bodenstationen. Gerade afrikanische Länder könnten die chinesischen Internetkonstellationen westlichen Anbietern vorziehen, da ein Großteil der Telekommunikationsinfrastruktur bereits in China gebaut wurde. 70% der afrikanischen 4G-Infrastruktur beispielsweise, die ist von Huawei gebaut worden. Ja, ob die jetzt ausgesetzten Satelliten der 1000-Segel-Konstellationen bereits funktionieren, das kann ich euch nicht sagen. Wie jetzt bekannt wurde, steht der Start mit einem Trümmerfeld von mehreren hundert von bodenverfolgbaren Teilen im Zusammenhang. Die US-Weltraumstreitkräfte bestätigen jetzt die Zerstörung der Raketenoberstufe und die Verfolgung und Kartierung der Trümmerteile. 800 Kilometer Orbit, das ist schon ziemlich weit oben. Da in dieser Höhe kaum atmosphärischer Widerstand herrscht, könnten diese Trümmer jahrzehntelang oder sogar länger im Orbit bleiben. Dies ist nicht das erste Mal, dass eine lange Marsch 6a Oberstufe zerbricht. Bereits im November 2022 ereignete sich ein ähnlicher Vorfall, bei dem hunderte von Trümmerteilen entstanden sind. Wie ich finde, ganz interessant, das Starlink-Team schrieb auf seinem X-Account, der Vorfall stelle keine direkte Gefahr für die Starlink-Konstellation dar. Es greift in dem Post ebenso den Starlink-Oberstufenvorfall auf. Das Aussetzen der Starlink-Satelliten unterhalb von 300 Kilometern, das habe dazu beigetragen, dass die bei diesem Ereignis freigesetzten Trümmer innerhalb weniger Tage wieder in die Atmosphäre gelangen konnten. Außerdem seien die Starlink-Satelliten so konzipiert, dass sie beim Wiedereintritt vollständig zerfallen und keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen. Das Statement, das schließt mit dem Wunsch, die Raumfahrtgemeinschaft solle doch beste Praktiken anwenden, um den Weltraum sicher und nachhaltig zu gestalten. Ja, und SpaceX wollte die Woche eigentlich auch wieder Starlink-Satelliten starten. Ein Start am Freitagnachmittag von Cape Canaveral, der wurde aus Wettergründen abgesagt. Wenn die News am Sonntagmorgen erscheinen, dann sollte ein weiterer Starlink-Start vom Kennedy Space Center erfolgt sein. Der wäre dann am Samstag. Das heutige Video wird euch von den Senkrechtstarter-Schutzengeln präsentiert. Schutzengel sind all die Menschen, die Senkrechtstarter teilweise seit Jahren schon auch monetär unterstützen. All diese Menschen, die halten den Kanal am Laufen und helfen so, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video gibt es einen Link zur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Als kleines Dankschön bekommst du übrigens alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Vielen Dank. Die NASA wägt die Boeing Starliner Crew möglicherweise erst Anfang 2025 mit einem SpaceX Crew Dragon zur Erde zurückzubringen. Grund dafür sind Sicherheitsbedenken, nachdem auf dem Flugzeug SS Triebwerksprobleme am Boeing Starliner und Heliumlex aufgetreten waren. Am 7. August gab die NASA bekannt, sie wolle Mitte August entscheiden, ob es zu riskant ist, die Astronauten Butch Wilmer und Sunita Williams mit dem Starliner zurück zur Erde zu holen. Alternativ könnten sie weiter auf der SS bleiben, während der Starliner ohne Besatzung zur Erde zurückkehrt. Sollte diese Option gewählt werden, werde die NASA Crew-9-Mission von SpaceX mit zwei statt vier Personen durchgeführt, dafür mit passenden SpaceX-Anzügen für Wilmer und Williams. Die beiden würden dann mit der Crew-9 Anfang 2025 zurückkehren. Sie wären dann einfach Teil der Langzeitbesatzung von Crew-9. Davon festsitzen bis 2025 zu sprechen, finde ich etwas übertrieben. Wie gesagt, Hintergrund dieser Überlegung sind Probleme mit den Triebwerken des Starliners beim ISS-Anflug vor zwei Monaten. Bodentests hatten jetzt gezeigt, dass sich ein Teflon-Dichtungselement in den Triebwerken bei Erwärmung ausdehnt und die Treibstoffzufuhr behindern kann. Dies hat die Bedenken der NASA verstärkt. Sie hat nun zusätzliche Experten herangezogen, um die Triebwerksprobleme zu analysieren und mögliche weitere Fehlerquellen zu identifizieren. Die Boeing-Offiziellen zeigten sich zuversichtlich, dass der Starline in der Lage ist, die Astronauten sicher zur Erde zurückzubringen. Trotzdem bleiben NASA-Vertreter vorsichtiger und betonen, dass die Diskussion über die Risiken notwendig ist, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Das hat auch Auswirkungen auf den Flugplan von Crew 9. Damit der Boeing Starliner auch ohne Crew von der ISS abdocken kann, muss seine Steuerungssoftware überarbeitet werden. Obwohl die Fähigkeiten zum Abdocken auch ohne Crew in der Flugsoftware von Starliner vorhanden ist, ist sie derzeit für den Betrieb mit Besatzung konfiguriert. Das heißt, dass die Flugsoftware während des Abdockens und des Entfernen von der Raumstation bestimmte Eingaben von der Crew benötigt. Da an der autonomen Software des Starliners seit dem letzten Start, damals ja ohne Crew, nicht mehr gearbeitet wurde, wolle man die Software nochmal ausgiebig am Boden testen. Da aktuell beide Dockingports an der ISS für westliche Crewraumschiffe belegt sind, muss der Starliner aber abdocken, bevor Crew 9 an der Station andocken kann. Die Crew 9-Mission, die ursprünglich am 18. August starten sollte, die wird nun frühestens am 24. September starten. Das Verschieben der Crew 9-Mission, das bedeutet auch, dass diese nun nach der russischen Soyuz-Crew-Rotation Mitte September stattfinden wird. Bei dem aktuellen Fokus auf die Crew des Starliners und auf die Sicherheitsbedenken, da gehen in den Pressekonferenzen einige Details schnell unter. So wird die Crew 9 sehr wahrscheinlich die erste Crew-Mission von PET-40 in der Cape Canaveral Space Force Station werden. Bisher waren von diesem PET ausschließlich Fracht- und Satellitenmissionen gestartet. Ob die Crew 9 noch auseinandergerissen wird, um Platz für Butch und Sunny zu schaffen, das müssen wir noch abwarten. Ich würde davon ausgehen, Pilot und Commander, die fliegen auf jeden Fall. Die Missionsspezialisten, die bleiben im Zweifelsfall zu Hause. Pilot wäre dann Nick Hawk. Nick Hawk wäre das erste aktive US Space Force Mitglied im All und auch der erste, der von einer US Space Force Base ins All aufbricht. Die indische ISRO hat Shubanshu Shukla, ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen, für die Axiom 4 Mission zur ISS ausgewählt. Die Mission, die wird frühestens im November starten. Wegen der Starliner Verzögerung an der ISS wird inoffiziell aber eher von Anfang 2025 gesprochen. Mit dem Shukla aus Indien werden Slavosh Usnacki aus Polen für die ESA und Tibor Kapu aus Ungarn, die von Axiom Astronauten Peggy Witzel geleitete Kurzzeitmission zur ISS begleiten. Bereits die ISS erreicht hat der Cygnus Raumfrachter, wenngleich mit Schwierigkeiten. Am 4. August startete eine Falcon 9 Rakete einen Northrop Grumman Cygnus Frachter zur internationalen Raumstation. Doch der Frachter, der hatte technische Probleme. Die notwendigen Manöver zum Erreichen der Station, die verzögerten sich. Etwa sechs Stunden nach dem Start gab die NASA bekannt ein geplantes Manöver. 42 Minuten nach dem Start, das wurde nicht ausgeführt. Der Start, der war der zweite von drei Falcon 9 Missionen, die Northrop Grumman für Cygnus Missionen bei SpaceX gebucht hatte. Da die Antares-Raketen von Northrop Grumman wegen des Ukraine-Krisis keine R-Stufen mehr hatte. Die neue Antares 3-30, die soll 2025 startbereit sein und dann eine erste Stufe von Firefly nutzen. Letztlich konnte der Cygnus dann die zwei notwendigen Triebwerkszündungen doch durchführen und brachte sich dann selbst auf Kurs für das Rendezvous mit der ISS. Fracht zur ISS fördern, das möchte auch das deutsche Unternehmen The Exploration Company. Wie mein Kumpel Andrew Parsonson auf European Space Flight schreibt, hat das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 2021 Aufträge im Wert von 770 Millionen Dollar eingefahren. Davon sollen 10% von Raumfahrtagenturen und die anderen 90% von privaten Raumstattungsbetreibern wie Axiom Space, Vast und Starlab stammen. Bedarf gibt es offenbar. Ich drücke der Exploration Company alle Daumen, dass die Entwicklungen genauso rund laufen. Höchste Zeit, dass wir wieder europa-eigener Raumschiffe haben. Mein ISS-Bild der Woche hat NASA-Sonnert Matthew Dominik aufgenommen. Er schreibt dazu, die jüngste Sonnenaktivität hat die Aurora, also die Polarlichter, näher zur Station gebracht. Die Soyuz, die wird von der hinter der Kamera und vor der Raumstation aufgehenden Sonne hellblau angestrahlt. Apropos Himmelserscheinung. In diesem Jahr dürfte der Persiden-Meteoritenschauer seinen Höhepunkt in der Nacht vom späten Sonntagabend auf den frühen Montagmorgen, also 11. auf den 12. August, erreichen. Vielleicht nochmal nach draußen gehen. Es tut sich was bei Blue Origin. Das Puzzle New Glenn bekommt immer mehr Hardware-Teile. Im Hafen von Port Canaveral gab es diese Woche einen tollen Anblick. Der mobile Hafenkran von Blue Origin hat mit einem New Glenn Erststufen-Mockup das Heben, Aufrichten und Wiederhinlegen geübt. Hintergrund, die Erststufe der fast 96 Meter hohen New Glenn-Schwerlastrakete soll wie die Falcon 9 nach dem Start wiederverwendet werden. Zu diesem Zweck wird die Rakete aufrecht auf einem Schiff landen. Auch das Schiff für die Landung befindet sich auf dem Weg nach Florida. Die letzten Wochen wurde es in Brest in Frankreich endausgerüstet. Über Tests, die das Öffnen der Landebeine zeigen, hatte ich ja bereits berichtet. Nun sind Triebwerkstests des gewaltigen Reaktionskontrollsystems und der Steuerflächen dazugekommen. Das macht alles Lust auf mehr. Ich hoffe, wir bekommen demnächst feurige Tests der Erststufe zu Gesicht. Näher dran als der Start der New Glenn von Blue Origin sind die Starts der kommenden Woche. Am Montag, 12. August, da will SpaceX die Arctic Satellite Broadband Mission starten. Das sind zwei hybride Satelliten für kommerzielle Breitband und geschützte militärische Satellitenkommunikation. Speziell für die schwer zugängliche nördliche Polarregion gestartet wird von Vandenberg. Am Mittwoch, 14. August, auch SpaceX Falcon 9 aus Cape Canaveral soll die kommerziellen Erdbeobachtungsatelliten Worldview Legion 3 & 4 für MEXA gestartet werden. Am Donnerstag, 15. August, schickt Roskosmos mit einer Soyuz-Rakete Fracht für die ISS mit einem Progressschiff. Auch am Donnerstag startet in Indien eine SSLV mit einem Erdbeobachtungsatellit. Ja und am Freitag, abends, 16. August, dann ein Start, den ich definitiv livestreamen werde. Transporter 11 auf einer SpaceX Falcon 9 von Vandenberg. Es geht in den sonnensynchronen Orbit und unter den mehr als 60 Nutzlasten auch der Freiburger Satellit Ernst. Ich war in Freiburg und konnte mit den Forschern am Fraunhofer Ernst-Mach-Institut, die den Satelliten Ernst entwickelt haben, sprechen. Dementsprechend fieber ich mit diesem Team bei diesem Start besonders mit. Im Livestream werde ich natürlich einen Gast aus Freiburg begrüßen können und viel Material über Ernst zeigen können, was ich vor Ort aufgenommen habe. Link zum Livestream findet ihr unter dem Video. Ja und das war es schon wieder. Ich hoffe, die News haben dir wieder gefallen. Wenn ja, Like nicht vergessen. Ich hoffe, wir sehen uns dann am Freitag im Livestream. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.